Unsere besten Produkte bei Pearl TV gibt es jetzt zu unglaublichen Sonderpreisen. Es sind nämlich Versandrückläufe, das heißt Produkte, die sich einmal mehr auf den Weg gemacht haben und nochmal zurückgekommen sind zu uns, aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall sind diese Produkte geprüft und dürfen getrost auch wieder zu diesem Knallerpreis jetzt in dieser Sendung wieder an Sie zurückgehen und dürfen Sie beglücken, Ihnen Freude bereiten und da sind echte Highlights mit dabei. Durch die gesamte Produktpalette haben wir einiges für Sie jetzt zum Schnäppchenpreis. Wir starten mit dem mobilen Digitalradio mit DAW Plus. Das ist ja immer eine Sache, die kann man im eigenen Haushalt sehr gut gebrauchen. Mein Opa hatte zum Beispiel ein Küchenradio, das lief jeden Morgen. Das gehört doch ein Stück weit dazu, oder? Also ich höre auch ganz gern, wenn ich mein Frühstück zubereite oder mein Abendessen zubereite, höre ich auch ganz gerne mal meinen Lieblingsradiosender oder auch wenn ich beispielsweise mal im Sommer ins Freibad gehe oder mal an den See fahre, wenn ich im Urlaub am Strand liege oder wenn ich vielleicht auch mal an der Werkbank stehe und ganz einfach mal so ein bisschen vor mich hin werke, dann sollte es natürlich ein bisschen mit Musik untermalt werden. Wir haben hier ein sehr, sehr gutes und eines der besten, wie ich persönlich finde, mobiles Digitalradio mit klassischem UKW-Empfang, deswegen die Antenne. Aber, und das finde ich noch viel interessanter, ist natürlich auch DAB Plus Empfang mit dabei, deswegen digitales Kofferradio. Und das bedeutet, Sie empfangen hier Radio, wie sagt man immer so schön, in klassischer CD-Qualität, in digitaler Qualität und das werden Sie vom Klangvolumen merken. Ich sage mal, die normalen UKW, also die Ultrakurzwelle, die haben schon mal so ein leichtes Rauschen drin oder was, das liegt in der Natur der Sache. Bei den digitalen Sendern sieht das eben anders aus, da ist die Klangqualität dann auch um ein Vielfaches besser. Und natürlich, Sie sehen, das gute Stück verfügt natürlich auch noch über ein entsprechendes großzügiges Display. DAB Plus hat ja auch noch den Vorteil, dass du Informationen zum Sender bekommst, den du gerade hörst, welcher Moderator spricht gerade oder was kommt als nächstes, alle möglichen Informationen, die da vermittelt werden. Oder aber auch, wie heißt eigentlich der Interpret und wie heißt gerade der Titel, der gerade gespielt wird. Wenn ich was Gutes finde, dann schaue ich mir ganz gerne, wer ist denn das? Aha, wie heißt denn der Song und so weiter, die ziehe ich mir dann später auf die Playlist. Das Schöne ist, Sie haben hier nicht nur ein klassisches Radio, Sie können natürlich hier auch ganz einfach, und das wird sicherlich auch mal die Teenager unter Ihnen freuen oder all die, die ein Smartphone haben, das Ganze auch als Bluetooth-Lautsprecher nutzen, so wie uns Kristen das hier gerade zeigt. Ihr habt das Handy daneben gelegt, könnt das auch 10 Meter weglegen, ist ja auch kein Thema. Du kannst hier auch kabellos ganz einfach deine Lieblingsmusik vom Smartphone streamen und ganz einfach hier auch mal deine Playlist vom Smartphone, vom Handy aus abspielen. Zwei Wecker sind ebenfalls nochmal mit dabei, vielleicht möchtest du auch ganz einfach hier mal im Schlafzimmer deine Musik haben, hat man auch mal ganz gerne, wenn man uns wach wird, vielleicht mal die neuesten Nachrichten hören, mal die Lieblingsradiosender, da hat glaube ich so jeder so seinen Favoriten. Aber natürlich jetzt hier ganz besonders die Qualität ist wirklich herausragend. Schön natürlich entweder dauerhaft per Kabel zu betreiben oder, und das macht das ganze Stück so schön, natürlich auch mobil über den Einsatz der entsprechenden Batterien. Knapp 350 Gramm macht das Ganze also auch vom Gewicht her wirklich überschaubar. Klein und kompakt und klangstark das Ganze. Also meines Erachtens wirklich ein Must-Have. Macht sie in jedem Haushalt und in jeder Urlaubstasche definitiv richtig klasse. Ja, und vor allem für manche Bluetooth-Boxen bezahlt man ja schon eine ganze Menge. Sie sparen aber jetzt in dieser Sendung im Sale-Out. Schauen wir mal bei Pearl.de. Der Neupreis liegt bei 46 Euro und selbst da haben wir nochmal geschraubt. 35,99 Euro ist Ihr TV-Sonderpreis. Das heißt, Sie sparen 10 Euro hier. Sparen, sparen, sparen. Darum geht es in dieser Sendung. Also das ist jetzt wirklich ein Muss, hier dran zu bleiben und vielleicht direkt zu bestellen. Das können Sie bei dem Digitalradio mit der REF 3027 und der 8 tun. Auch das nächste Produkt, ein echtes Highlight bei uns im Sortiment. Sind das die Kopfhörer, die Ingo immer so gerne mag? Nein, das sind andere, das sind meines Erachtens fast noch etwas hochwertigere. Aber die sind alle super toll, ne? Die sind alle genial. Oh, super weich. Wenn man sich überlegt, was man mittlerweile für ein paar ordinäre sogenannte On-Ear-Kopfhörer bezahlt, da gibt es einen Hersteller mit einem Buchstaben drauf, da liegen sie mal locker so bei 150, 200 Euro. Angenehm. Die liegen super auf dem Kopf, finde ich, weil die gepolstert sind. Mal gucken, auf Größen verstellbar. Du bist jetzt auch schön weit weg so vom Ohr, ne? Also, das finde ich auch gut, wenn die Umgebungsgeräusche so ein bisschen abgeschirmt werden. Ja, das ist so natürliches Noise-Cancelling, wie es so schön neudeutsch heißt. Das heißt, dadurch, dass Sie eben ein Over-Ear-Kopfhörer haben, das heißt so eine Muschel quasi, eine sehr, sehr schön gepolsterte Muschel quasi über den Ohren, werden die natürlichen Umgebungsgeräusche, sei es Straßenlärm, sei es auch Geräusche von anderen Familienmitgliedern, von irgendwelchen anderen Geschichten, die irgendwo im Hintergrund laufen, sei es die Waschmaschine, die Spülmaschine, ganz einfach rausgefiltert, sodass man sich sehr, sehr schön auf das Klangerlebnis konzentrieren kann. Oder irgendwelche nervigen Stimmen von der Seite. Ja. Nee, aber wirklich, weißt du, was ich toll finde an diesen Kopfhörern, ist, dass die so schön gepolstert sind. Das ist genial, oder? Die sitzen schon richtig klasse am Ohr. Die sitzen klasse, weil die auch nicht eng sitzen. Das heißt, den ganzen Abend über mal hier auf dem Sofa sitzen, ist gar kein Problem, weil die richtig schön locker sitzen und toll gepolstert sind, liegen sehr gut auf, muss ich euch sagen. Das Schöne ist, du hast natürlich jetzt hier einen Funkkopfhörer. Das heißt, Sie können den zu Hause andocken, das machen Sie nicht mit dem Kopfhörer selber, der ist kabellos. Das machen Sie mit dieser wunderschönen Station, die ich übrigens auch noch richtig knorkel finde. Ja, total. Die sieht schon klasse aus, da haben Sie alle Anschlussmöglichkeiten im hinteren Teil, also auch mal einen optischen Eingang, den sogenannten Tosslink, wenn Sie da ein bisschen moderner aufgestellt sind, mit Ihrer Hi-Fi-Anlage, mit Ihrem Fernseher, mit der Spielekonsole. Liebe Eltern, für die Kinder beispielsweise, die ganz gerne mal ein bisschen zocken und Sie das Ganze pum, pum, püff, püff und so weiter gar nicht mehr hören wollen, dann drücken Sie dem den Kopfhörer auf, dann kann der in seiner eigenen Welt von mir erst mal spielen, wird ganz einfach angedockt und das Signal, was hier quasi von Ihrem, ja nennen wir es mal Endgerät, von Ihrem Entertainment-Endgerät, Hi-Fi-Anlage, Fernseher, Spielekonsole, auch DVD-Spieler direkt oder manch anderen Blu-Ray-Player oder sowas, ganz einfach ausgestrahlt wird, wird hier per Funk auf den Kopfhörer übertragen. Einstellmöglichkeit, lauter, leiser, Titel, Vortitel, zurück und so weiter, auch direkt am Hörer selber, aber diese Einstellung und dieses butterweich gepolstert ist, wirklich großartig. Und natürlich der Preis hier, für den Preis, Wahnsinn. Ja, auch hier sparen Sie wieder 10 Euro, der neue Preis liegt bei 65 Euro, Ihr Preis im Sale-Out bei 54,99 Euro. Auch hier einmaliges Schnäppchen, was Sie hier schlagen können, denn diese Versandrückläufer sind natürlich auch immer begrenzt im Kontingent. Die Bestellnummer ist die REF 18488 und die 569. Auch sehr, sehr praktisch. Eins meiner persönlichen Highlights ist das nächste Produkt, denn ein bisschen Stromreserve ist immer eine ganz gute Sache. Ich denke jetzt, ehrlich gesagt, auch schon wieder an das kommende Frühjahr. Ja, ich weiß, wir sind noch ein paar Wochen davon entfernt, das ist sicherlich richtig, aber ich denke, ich bin nicht der Einzige, der sich ganz gerne im Sommer, wenn es warm ist draußen, vielleicht mit seinem Laptop, wenn man mal arbeiten muss, wenn man ein bisschen im Internet surft, seine E-Mails beantwortet, seine Bankgeschichten und so weiter macht, vielleicht nicht unbedingt immer nur in die Küche an den Esstisch setzt, sondern gerade bei schönem Wetter vielleicht einfach mal rausgeht. Ja, so wie Diana jetzt hier auf einer Picknickdecke oder vielleicht mal auf die eigene Terrasse, auf den eigenen Balkon. Nur wie wir alle wissen, sind akkubetriebene Geräte so lange schön, wie der Akku hält. Ja. Ist der Akku leer gelaufen, ja, dann überlegst du wieder, wie mache ich das denn jetzt, gehe ich jetzt rein und docke ihn an, in der Regel sind das schwere, lange Kabel. Jetzt kannst du deine Steckdose ganz einfach überall dort mit hinnehmen, wo du sie hinnehmen möchtest. Das heißt, du kannst hier, und der Laptop ist nur ein Beispiel von zahlreichen Beispielen, ganz einfach auch mal draußen im Freien aufladen. Diana zeigt uns das Ganze hier recht eindrucksvoll auf einer Picknickdecke, mitten im Grünen, mitten in der Pampa, da ist weit und breit definitiv keine Steckdose mehr vorhanden. Jetzt kann sie hier ihre elektronischen Geräte ohne weiteres nicht nur wieder aufladen oder den Akku weiter betreiben. Du siehst, du hast noch mehrere Steckplätze zur Verfügung bei unserem kleinen Mini-Powerbank hier sozusagen, sodass du gleichzeitig auch mal deinen Laptop aufladen kannst. Du kannst dein Handy laden, dein Navigationsgerät, deine E-Zigarette oder auch mal so einen Ventilator oder andere Geschichten ganz einfach mit USB-Strom versorgen. Es ist ein unglaublich nützlicher Helfer, war ein wirklicher Run auf dieses Gerät, auch speziell so zum ausgehenden Sommer im letzten Jahr. Es ist natürlich weiterentwickelt worden, die modernste Variante sehen wir hier. Und mittlerweile können Sie mit diesem kleinen Kerlchen, was gerade mal 1,2 Kilo wiegt, ungefähr so viel wie eine große Flasche Wasser, auf der normalen Steckdose bis zu 80 Watt Dauerbelastung drauflegen und insgesamt können Sie hier bis zu 120 Watt sogar belasten. Das heißt also, ein normaler Laptop hat in der Regel so zwischen 60 und 80 Watt Ladestrom, können Sie also locker hier betreiben. Auch mal ein MacBook zum Beispiel, die brauchen normalerweise ein bisschen mehr Ladestrom, die lassen sich ohne weiteres damit aufladen. Und gleichzeitig können Sie eben hier auch noch die ganzen USB-Anschlüsse nutzen, übrigens mit einer sogenannten Quick-Charge-Funktion. Das heißt, jedes Handy, was Sie hier andocken, wird bis zu viermal schneller geladen als an einem handelsüblichen Netzteil. Kleiner 12-Volt-Adapter ist ebenfalls mit dabei und das in einer kleinen, kompakten, handlichen Form. So darf eine mobile Steckdose aussehen, oder? Definitiv. Super kompakt, super mobil. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich eine Steckdose so einfach mitnehmen kann in so einem kleinen Format. Und auch hier ein unglaublich günstiger Sonderpreis, den sichern Sie sich mit der Bestellnummer REF 30 16 8 und der 5 6 9. Auch das wieder ein richtig tolles Schnäppchen, weil Sie jetzt endlich mal auch sinnvolle Produkte, Produkte, die in jedem Fall sehr beliebt sind, hier zu einem richtigen Schnapperpreis absahnen können. Auch ein richtiges Highlight ist unser Reisebegleiter schlechthin, der mobile Echtzeitsprachübersetzer. Ja, auch das wieder ein super Gadget, das mir das Leben echt leicht machen kann. Ja, und genau so ist es. Ich sage mal ganz gerne, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Und ich möchte wetten, dass der ein oder andere jetzt auch schon wieder in den Urlaubsplanungen steckt. Vielleicht für das kommende Frühjahr, für den kommenden Sommer. Und da möchte man vielleicht nicht unbedingt immer nur an Nord- und Ostsee, so schön wie es dort ist. Da möchte man vielleicht auch mal andere Länder bereisen. Und auch schön nach Frankreich beispielsweise. Italien. Ja, Italien, Spanien oder vielleicht mal ein bisschen weiter weg, Lateinamerika oder vielleicht mal in den asiatischen Bereich. Ja, nur da hapert es dann mitunter mit der Kommunikation, schlicht und ergreifend mit der Sprache. Hier haben Sie Ihren kleinen Simultanübersetzer, der Ihnen absolut hilfreich zur Seite steht, denn der kann 106 Sprachen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen so aussieht. Also bei mir, Deutsch, Englisch, ein paar Brocken, Italienisch. Für eine Pizza bestellen reicht es auch. Michiamo, Rebecca. Ja, ja, genau. Aber dann hört es auch schon wieder auf. Also bei 106 Sprachen steigen die meisten, behaupte ich mal ganz einfach aus. Dieser kann sie entsprechend übersetzen. Und da du doch Französisch kannst, werde ich mal das ausprobieren. Du kannst mir sagen, ob das Gerät richtig übersetzt. Ich bin gespannt. Ich suche mir jetzt die passende Sprache raus. Jetzt kannst du plötzlich Französisch sprechen. Siehe da. Ja, ich soll mal gucken, ob das funktioniert. Guten Tag. Möchten Sie ein schönes Schnäppchen machen, junge Frau? Oui, je veux bien. So? Ah. Bonjour. Voulez-vous faire une affaire, jeune femme? Äh, oui. War das richtig übersetzt oder hat er einen Witz gerissen? Ich glaube, du hast dich nicht ordentlich ausgedrückt, aber es war alles sprachlich korrekt vom Vater. Ja. Ja. Vielleicht hätten wir es mit Englisch versuchen sollen. Probier es mal auf Englisch. Ich weiß nicht, was ist mal andersrum. Ich versuche jetzt ganz einfach mal auf Französisch zu antworten und dann übersetzt sie mir das ins Deutsche. Okay. Mal gucken, wie gut du Französisch kannst. Ich habe gefragt, ob du bereit bist, ein Schnäppchen zu machen. Ja. Und jetzt kommt in perfektem Französisch. Jetzt bin ich gespannt. Moment, Moment. Oui. Ja. Wow. Ich bin ein Sprachentalent, Freunde. Aber auch nur, weil ich diesen praktischen Übersetzer habe. Ist natürlich klasse. Ja. Ich habe einen kleinen Witz gemacht, aber grundsätzlich können Sie sowas immer gebrauchen, allein um zu kommunizieren im Hotel, außerhalb natürlich. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Allergie oder Sie suchen mal irgendwas. Dann können Sie sich damit ohne weiteres behelfen. 106 Sprachen kann er. Und das Schöne ist, der kann also noch sehr viel mehr. Jetzt haben wir hier bei diesem praktischen Generalübersetzer nochmal eine Kamera mit eingebaut. Sie sehen das hier? Die ist nicht extra für Urlaubsselfies gedacht, auch wenn man das im ersten Moment vermuten könnte. Mit dieser Kamera können Sie geschriebene Texte abfotografieren. Und einen solchen geschriebenen Text habe ich jetzt hier ganz einfach mal. Und da geht es jetzt um einen italienischen Text. Also ich muss zugeben, mein Italienisch geht so weit da nicht mehr wirklich. Könntest du was rauslesen? Gratuito würde ich jetzt direkt hier lesen können. Das heißt wahrscheinlich gratis. Und was gratis ist, finde ich immer gut. Also würde ich sehr, sehr gerne wissen wollen, was da genau draufsteht. Das kann ich dir genau sagen. Pass auf, indem ich mir ganz einfach diesen Text nehme und ihn abfotografiere. Pass auf, ich halte das jetzt hier drüber. Ja. Einfach von ein Foto. Okay. Zack. Oh, und jetzt kennt er, das sehe ich schon. Jetzt kennt er. Ja. Achtung, jetzt gleich kriegen wir die passende Antwort und dann verrate ich dir auch, was da steht. Siehst du, da haben wir den Text schon geschrieben. Und, Achtung. Fahrradverleih, kostenloser Fahrradverleih, Anmeldung an der Rezeption. Wir haben Fahrräder, Tandem, Skateboards und Roller für Sie, bis der Vorrat aufgebraucht ist. Wow. Und das auf dem kompletten DIN A4-Zettel. Nicht einfach nur ein oder zwei Worte. Ja, also wirklich fantastisch. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Und jetzt fragst du mich bitte mal auf Französisch, ob wir zusammen Fahrrad fahren möchten. Der untere Knopf. Ja. Moment, 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 Moment. Willst du mit mir Fahrrad fahren? Also. Achtung, Moment, 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 Moment. Ja, okay. Er will noch was. Oui. Ja. Okay, also, Vokabular ausbaufähig, aber es läuft schon ganz gut. Die Anfänge sind super. Ja, also, dass ich einsilbig wäre, hat auch mal selten einer zu mir gesagt, ja. Also, auch hier wieder ein unglaublicher Preis. Stellen Sie sich vor, 106 Euro, äh, 106 Sprachen bekommen Sie bei Pearl.de für 150 Euro. Jetzt bekommen Sie 106 Sprachen für nur 109,99 Euro. Das heißt, Sie sparen hier 40 Euro. Das gehört in jedes Reisegepäck. Damit können Sie auch Ihre Französischkenntnisse mal so ein bisschen aufbessern, beispielsweise. Und sich ganz einfach verständigen. Es ist ein Knallergerät, muss man ganz einfach so sagen. Knaller ist jetzt auch das nächste Schnäppchen auch hier wieder. Wir sind gerade im Sale-Out. Wenn Sie jetzt gerade eingeschaltet haben, herzlichen Glückwunsch. Sie können jetzt noch mal richtig sparen bei uns. und auch das nächste Stück ist ein richtiges Liebhaberstück, würde ich mal behaupten. Sie entschuldigen mich kurz. Warte, Augenblick. Das ist so ein Bestseller. Also, zum regulären Preis schon ein absoluter Knaller. Aber Sie sparen jetzt im Vergleich zum regulären Preis hier bei unseren Versandrückläufern. Also, das lohnt sich hier doch auch mal richtig, ne? Das ist mal eine Anlage, oder? Endlich mal wieder alte Platten auflegen. Das ist der Punkt. Hast du noch Platten zu Hause? Ja, ich habe von meinem Opa ganz viele Platten abgestaubt. Überleg mal. Das sind wertvolle Stücke. Hast du noch ein Plattenspieler? Nee. Und da scheitert es bei den meisten natürlich. Und trotzdem möchte ich wetten, sind da ein paar Schätzchen dabei, die man ganz gerne mal abspielen möchte. Und das vielleicht nicht nur zu Hause, sondern auch gerne mal unterwegs. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben diese alten Schätzchen. Du hättest diese alten Schätzchen. Mal in einer digitalen Form, so wie man es mittlerweile von Streaming-Diensten oder sowas kennt. So, dass man die vielleicht auch ganz einfach mal im Auto hören kann. Dafür müssen Sie sie eindigitalisieren. Das wäre aber erst der zweite Schritt. Auch das kann dieses tolle Gerät. Grundsätzlich bieten wir Ihnen hier eine wirklich fantastische Stereoanlage an. Mit ordentlich Rums dahinter. Mit Boxen in Holzbauweise. Schick. Mit einem ordentlichen Bassvolumen, mit hohen, mit Mitteltönen. Also wirklich eine fantastische Klangqualität, die wir hier haben. Plattenspieler ist drauf. Der kann Kassetten abspielen, Musikkassetten. Da werden auch sicherlich noch ein paar Sachen mit dabei sein. Warte, machen wir uns mal an. Der ist an der Seite, genau. Da an der Seite ist er. Dann kann der natürlich auch CDs abspielen. Der kann aber auch gleichzeitig USB-Sticks. Der kann SD-Karten abspielen. Ich habe hier mal eine angedockt, wenn wir die Zeit haben. Spiele ich das gleich auch nochmal an. Und natürlich kann der auch Bluetooth, das heißt kabellos, vom Smartphone. Und jetzt gehen wir mal hin. Der hat mit Platten angefangen. Das möchte ich ganz gerne mal machen. Steht der auf Platte. Lass mich gucken. Moment. Menü, Phono-Mode. Jawohl. Und da habe ich mir natürlich was ganz Besonderes herausgesucht. Warte mal ab. Mach es mal ein bisschen, ein bisschen leiser bitte. Ich habe ein bisschen rumgespielt hier. Ich habe was im Auge greift. Voll aufs Auge ist der gegangen. Achtung. Ah. Kann ich nochmal den Generalübersetzer haben? Das ist echt gut, das Sound, ne? Das ist echt gut, das Sound hier aus den Boxen. Das ist genial, oder? Und bitte, das ist eine Schallplatte. Ja, also wenn man sich das nochmal vor Augen führt. Heutzutage kriegen sie Musiktitel in HD-Qualität mit allem Schnipp und Schnapp. Da hörst du kein Rauschen, kein Knacken, kein gar nichts mehr. Ich finde, wir haben hier eine tolle Nadel. Wir haben einen entsprechend ausbalancierten Tonabnehmer, einen Arm mit dabei. Die ganze Platte liegt perfekt ausbalanciert mit einem Ausbalancierer an der Seite. Natürlich nicht nur für LPs, auch für Singles, für Maxi-Singles und so weiter. Das kann der alles natürlich super abspielen. Ich bin vom Klangangebot sehr begeistert. Das gleiche würde mit Kassette funktionieren, mit CD, mit Radio übrigens auch. Der hat auch digitale Radio-Qualität mit Senderspeicher und so weiter. Alles komplett mit dabei. Finde ich großartig. Auf jeden Fall. Großartig finde ich vor allem auch hier wieder, dass sie richtig viel sparen. 60 Euro sparen sie hier bei dem Plattenspieler. Und damit ist die gute Laune garantiert, weil sie plötzlich wieder alles abspielen können. Schauen Sie mal hier wieder auch einen Blick bei Pearl.de. 280 ist der Neupreis. Ihr Preis 219,99 Euro. Das ist doch mal ein Wort hier für Musikliebhaber. Ist das ein absolutes Muss? Vielleicht haben Sie das auch schon festgestellt. Sie haben so viele Liebhaberplatten, CDs noch, alte Kassetten, die Sie gerne mal wieder abspielen würden. Dann ist das der perfekte Allrounder. Und jetzt die Chance für Sie hier diesen Preis abzugreifen. Auch sehr, sehr beliebt. Nach wie vor sind unsere Powerpacks. Das war auch richtig lange Zeit. Ein richtiger Bestseller und ist nach wie vor sehr, sehr beliebt. Dieses Powerpack, das ist ja wirklich jetzt ein super Unterstützer hier. Wir hatten es ja natürlich eben jetzt auch mit der kleinen mobilen Steckdose. Natürlich ist das schon mal großartig für so kleine mobile Endgeräte. Aber wenn man natürlich mal richtig ordentlich was anschließen möchte, wenn man eine richtige Steckdose braucht, um beispielsweise mal einen Fernseher zu betreiben oder vielleicht mal andere Geschichten, mal ein Staubsauger oder anderes etwas schwereres Gerät, dann kommst du natürlich mit so einem kleinen Gerät, dann stellen wir ihn an deine Grenzen. Hier sprechen wir von einem Powerpack, also einem Energiekoffer, sozusagen. Den Begriff kennt man aus dem Campingbereich, der keine Wünsche mehr offen lässt. Ein fantastisches Gerät. Du kannst hier auf insgesamt neun Steckplätzen unterschiedlichster Art wirklich all das anschließen, was du normalerweise im mobilen Bereich nicht anschließen könntest. Ob das Handys sind, die du laden möchtest oder natürlich auch über die 200, da sind sie, über die 230 Volt Steckdose. Jetzt hier an zwei Steckdosen natürlich auch nochmal die entsprechenden Geräte. Und wenn wir ein Thema hatten in den letzten Monaten, dann waren es natürlich diese Powerpacks, diese Energiekoffer, diese Energiespeicher, die man für alles Mögliche einsetzen kann, auch mal für einen Stromausfall, für ein paar Stunden beispielsweise, für einen Campingbereich, zum Renovieren und, 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 ist für viele unserer Kunden noch ganz einfach eine Art von Versicherung geworden, für den Fall der Fälle vorzusorgen, dass man eben weiterhin Licht machen kann, dass du deine Informationen weiterbekommst, dass du dir auch mal eine Kochplatte dran packen kannst, dass du ganz einfach Vorsorge getroffen hast für den Fall der Fälle. Aber lass uns nicht immer nur von solchen Geschichten sprechen. Natürlich ist das ein sehr präsentes Thema, aber eben auch mal für den Freizeitbereich großartig. Jetzt kosten die Dinger, auf Deutsch gesagt, ein Heidengeld, wie ich persönlich finde. Ja, aber sind sie absolut wert? Aber natürlich kosten sie ein paar Euro und so manch einer ist dann sicherlich mal zurückgeschreckt bei den Preisen und da hat sich ein zweites oder ein drittes Mal überlegt. Jetzt ist Ihre Möglichkeit, hier mal so einen Teil zu bekommen, als geprüften Versandrückläufer, die meisten kommen übrigens originalverpackt wieder zurück, da hat sie mal morgens eins bestellt und er hat nachmittags eins bestellt. Zwei wollten die Leute nicht, also haben sie eins wieder zurückgeschickt. Das ist so der Klassiker bei uns aus dem Versandhandel, so kennen wir das von unseren Kollegen in der telefonischen Bestellannahme. Und den bekommen Sie jetzt heute nochmal zu einem unfassbaren Vorzugspreis. Lassen Sie sich das Schnäppchen hier entgehen. Aber hallo, einen ganzen Hunni sparen Sie hier. Schauen Sie mal, bei Pearl.de liegt der neue Preis bei knapp 1000 Euro. 899 Euro ist Ihr Preis. Das ist ganz exklusiv dieser Preis. Nur in dieser Sendung, im Sale-Out, diese geprüften Versandrückläufer, man muss ja auch dazu sagen, die wenigsten Produkte werden bei uns zurückgeschickt. Also es sind wirklich ganz, ganz wenige in dem Bereich sowieso. Das heißt, das ist eine echte Chance und die Kontingente sind hier immer begrenzt. Das bestellen können Sie mit der Artikelnummer REF 30778 und der 569. Vielleicht ist aber auch das nächste Powerpack das Richtige für Sie. Dann sind Sie auch da eingeladen zu sparen im Sale-Out. Schauen wir es uns mal an. Das ist dieses gute Stück hier. So, komm mal hier. Daran sieht man. Leicht und portable. Ganz leicht, ganz leicht. Aber wenn man auch bedenkt, was hier alles drinsteckt. Ich hätte ja auch Gentleman sein. Entschuldige, beim nächsten Mal. Was wollte ich jetzt sagen? Mal gucken, was das nächste Mal ist. Der nächste Knaller. Ich würde gerade eben, weil wir so wenig Zeit haben in dieser Sale-Out-Sendung. Das ist ja eine Krux immer der ganzen Geschichte. Wir haben eine Rücklaufquote, das wollte ich noch kurz erwähnt haben, bei solchen Geschichten jetzt hier, bei solchen Energiekoffern, Powerpacks und so weiter. Gerade die etwas größeren, mit etwas mehr Volumen, die mehr Strom abgeben können und logischerweise auch mehrere Stunden halten. Im unteren einstelligen Prozentbereich. Also für einen Versender ist das wirklich ein absoluter Knaller. Ich mache ihn mal an, damit Sie auch das Display mal sehen können, wie das gute Stück aussieht, wenn er läuft. Das ist Spitzenklasse. Ich weiß nicht, wie viele wir haben, aber in der Regel sind das, keine Ahnung, das sind mal fünf, mal sechs von ein paar hundert, die wir also in den letzten Tagen rausgegeben haben. Also der Vorrat ist wirklich ausgesprochen begrenzt. Und nochmal bitte, jeder einzelne Artikel, der zu uns zurückgeschickt wird, wird genauestens überprüft. Wir haben eine sehr, sehr strenge Qualitätskontrolle und nur absolut beanstandungsfreie Artikel gehen in den Wiederverkauf. Ihr Vorteil eben ganz einfach, ein deutlich verringerter Preis. Auch hier haben wir eine Preisersparnis von 100 Euro gegenüber dem sowieso schon günstigen Preis unserer Kollegen von Pearl.de. Wir haben hier einen fantastischen Energiekoffer. Sie können den mit bis zu 2000 Watt belasten. Da kann man also ohne weiteres mal einen Haartrockner anschließen. Da kann man auch mal einen Wasserkocher anschließen. Theoretisch gesehen könnte ich damit sogar mal meine Waschmaschine betreiben oder mal meinen Trockner ein paar Minuten laufen lassen. Das wäre alles ohne weiteres möglich. Und da sind wir wieder beim Thema Stromausfall. Und es kommt häufiger vor, als einem das lieb sein kann, dass es bei uns in Deutschland mal über ein paar Stunden verteilt, im schlimmsten Fall auch mal ein paar Tage, wäre auch nicht das erste Mal, dass das hier also mit dem Strom nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen würden. Und da sind Sie froh, wenn Sie so ein Kerlchen mal irgendwo im Schuppen stehen haben. Oder im Schrank stehen haben. Denn dann können Sie sich mal wirklich über viele Stunden behelfen. Fantastische Möglichkeit, ganz einfach hier mal die beiden 230 Volt Steckdosen mit entsprechendem Gerät zu belasten. Natürlich auch hier wie die ganzen USB-Anschlüsse, auch einen 12 Volt Anschluss haben wir mit dabei, mal für eine Kühlbox im Sommer. Also da ist wirklich an alles gedacht worden. Und das in einer sehr kompakten Form mit einer Top-Qualität an Strom. Ja, und nochmal hier auch der Blick bei Pearl.de auf den Neupreis 1.500 Euro. Sie sparen, das ist einfach ausgerechnet und ist fantastisch, fast schon unglaublich. Sie sparen 100 Euro. Ihr Preis liegt bei 1.399,99 Euro. Und die laufen ja bei uns rauf und runter, weil sie dauerhaft nachgefragt ist. Vielleicht haben sie schon mal geliebäugelt mit dem Powerpack. Und das ist jetzt die Chance. Das sind alles Bestseller, die noch nie zu diesen Preisen bei uns zu sehen waren, außer in dieser Sale-Out-Sendung. Richtige Highlights. Auch das ist eines meiner persönlichen Highlights. Ich glaube, die treuen Zuschauer, die werden das auch wissen. Ich wollte gerade gefragt haben, ja. Das ist an sich genauso dein Ding. Wir haben einfach die Tage, haben wir noch eine Sendung gemacht mit den Fensterputzrobotern zum regulären Preis als Neuware. Genau. Das ist jetzt hier ein sogenannter, ja, wie sagt man, Fensterputzroboter. Klingt immer so sachlich, wenn man das so formuliert. Für mich persönlich ein Oberflächenreiniger, eine Maschine, um Oberflächen zu reinigen. Wenn man sich das mal überlegt, was man alles so an glatten Flächen im Haushalt hat, das geht bei den Fenstern los. Egal, ob kleine Fenster irgendwo oder von mir aus größere Fenster, Schiebeelemente, die Balkontüren und so weiter. Das geht bis hin zu den Dachschrägenfenstern. Manch einer hat einen Wintergarten komplett verglast auf 3,50 Meter Höhe mit 4 Meter Breite. Südseite, da siehst du jeden Vogelschiss drauf, auf Deutsch gesagt. Und da hältst du dich natürlich dran mit der Putzerei. Aber für wen ist denn Fensterputzen oder das Ausreinigen von glatten Flächen denn wirklich ein Spaß? Ich glaube, für gar keinen. Unabhängig davon ist es für manch einen auch gefährlich, auf 3,50 Meter auf so einer klapprigen Leiter zu stehen. Und da so einen Wintergarten sauber zu machen. Das machst du eher selten, behaupte ich mal. Trotzdem sollte es ordentlich sauber sein. Und deswegen haben sich solche Gerätschaften wie dieser jetzt hier als absolute Paradelösung herauskristallisiert. Kurz ein paar Worte zum Hersteller. Wir arbeiten seit mittlerweile, ach Gott schon, seit einigen Jahren mit einem der wohl führenden Hersteller im Bereich der Haushaltsrobotik zusammen. Das ist die Firma Hobot. Home Robotics nennen die sich. Und die Jungs und Mädels machen seit über zehn Jahren nichts anderes, als sich den ganzen Tag nur mit solchen Haushaltsrobotern zu beschäftigen. Die machen auch Staubsaugerroboter, die machen Fensterputzroboter, die machen alles das, was das Leben leichter und einfacher macht. Und da gehört natürlich auch dieses fantastische Modell dazu. Das hier ist eines der modernsten Oberflächenreinigergeräte, was ich kenne. Ganz einfach aufsetzen, per Unterdruck saugt er sich fest und dann reinigt er ihnen alle glatten Flächen aus. Nicht nur Glasflächen, sondern auch mal beispielsweise im Badezimmer die Fliesen, in der Küche den Fliesenspiegel. Das sind Spiegelschränke, das sind Glastüren, das sind Handläufe von Treppen und so weiter. Alles, was glatt ist und was gereinigt werden muss, kann der hervorragend ausreinigen. Und der fällt auch nicht runter, auch wenn mal keine Begrenzung dabei ist, wie jetzt hier mal bei so einer Duschkabine. Ganz einfach deswegen, weil der über die modernste Sensortechnik verfügt, die man momentan im Bereich eines solchen Fensterputzroboters überhaupt bekommen kann. Jetzt weiß ich, dass viele, ich schließe mich da übrigens nicht aus, gerne mal in den Elektronikfachmärkten, gerade jetzt so in der Vorweihnachtszeit mal geguckt haben, so eine super Geschenkidee, wie ich persönlich finde. Man verschenkt Freizeit, wenn man so möchte. Oder man gibt Freizeit weiter, weil die Maschine die Arbeit erledigt. Wenn du da mal in den Elektronikfachmärkten schaust, für so ein Ding zahlst du mal locker 700, 800 Euro. Oh ja, und selbst das wäre den Preis wert, muss ich sagen, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich schon mit dem Fensterputzen verbracht habe. Und hier haben wir auch jetzt noch mal eine sehr, sehr große Ersparnis für Sie. Auch hier lassen wir uns den Blick bei pearl.de nicht nehmen. Der Neupreis, der liegt bei knapp 440 Euro. Und jetzt, halten Sie sich fest, sitzen Sie, Sie bezahlen nur 319,99 Euro. Versandkosten sparen Sie auch noch und haben damit ein Markenqualitätsprodukt zu Hause. Hubert, der Spezialist für Fensterputzroboter. Das ist unglaublich, dass Sie diese Preisersparnis jetzt haben können. Das ist ja sowieso schon unglaublich, wenn man sich überlegt, was für Preise wir hier bei Pearl TV ohnehin schon möglich machen. Da jetzt noch zusätzlich zu sparen in dieser Sendung, das ist der Knaller. Ich sage es noch mal, seien Sie schnell. Bei allen Produkten in dieser Sendung. Sie müssen schnell sein, weil wir dieses Kontingent nur sehr begrenzt haben, weil es eben nicht einfach nur eine Aktion ist, sondern es sich um geprüfte Versandrückläufer handelt. Und das ist Ihre Chance, jetzt zuzuschlagen. Natürlich ist das komplette Zubehör mit dabei. Ich habe mich jetzt noch mal auf den Fensterputzroboter an sich konzentriert. Diese Mikrofaserpads in Kombination mit den beiden Sprühelementen hier, einmal rechts und links, sind großartig. Sie werden wahrscheinlich auch zum Auspolieren von Gläsern und so weiter, von Tellern, von Tassen, alles, was man in der Küche so hat. Ein klassisches Mikrofasertuch verwenden, das leicht nebelfeucht, damit grinsen wir nicht alles ab. Genauso funktioniert das hier auch. Das Ganze mit einer ausgefeilten Sensortechnik, Unterdruck und so weiter, das alles vollautomatisch. Fenster putzen per Knopfdruck. Ja. Ja, und wenn Sie jetzt auch sagen, ja, ich will bestellen, dann geben Sie die folgende Artikelnummer durch. REF 70 80 8 und die 569. Wenn Sie später es zugeschaltet haben, seien Sie nicht traurig. Gehen Sie ganz schnell nochmal online auf www.pearl.tv. Da können Sie alle Schnäppchen nochmal nachsehen und dann heißt es schnell sein, damit Sie sich diese Preise sichern können. Also, wir beschäftigen wir Folgen. gold. ast. So, wenn Sie hier весen, glaube ich sehr, wie viel, dass sich die Flasen thats nicht hast,